hallo und herzlich willkommen in meiner kreativwerkstatt schön dass du dabei bist ich bin angela von der stempel familie und heute finale im demo doppel glück am haken heißt die produktreihe die wir auf dem arbeitstisch haben auf dem basteltisch und nicht nur das haben wir wir haben heute nicht nur zwei hände nämlich nicht meine sondern noch zwei wem gehören sie anna lena anna lena ist da und ich freue mich wir machen heute ein finale im demo doppel glück am haken wir haben schon gezeigt was wir da so für ideen hatten ich hatte diese karte und zwar habe ich sie dann am ende genannt pyramiden karte mit klappe die sich schon schöner ja und was hast du du hast auch so eine schöne ja ich habe mich von einer deiner karten inspirieren lassen hat abgezogen auf stellkarte ja cool toll muss immer in ruhe angucken ich habe die nur in deinem video gesehen auch das war auch schön und die ganzen fisch ist sind drauf mensch toll wie nennst du sie ich nenne sie aufsteller kann schlicht ja weil es nicht hinstellen cool und dann mit der banderole super toll mensch das war schon mal eine schöne idee ja dann haben wir auch noch mit dem rahmen was gemacht meins ist gerade verschwollen das ist gerade nicht da aber anna lena es können wir zeigen was ist denn das ist eine box gemacht kann man so aufmachen genau den schieden fächer drin kann man seine gefangenen fische geangelten fische das ist ja cool oder seine bohlen und kreuzern aufnehmen der rahmen war übrigens das was ich zum anfang bei dem set am meisten gemacht habe jeweils bei dir ja er hat war mit ausschlaggebend er bei mir ja finde ich einfach schön zur einteilung der und dann beim verarbeiten war immer noch gut ja das ist auch sehr schön als total schöne sache die box anfangen wir sind mehr werden das passt uns noch mehr ideen bekommen ja was man schönes mitmachen kann ja cool richtig und dann haben wir uns gesagt weil es so beliebt ist basteln wir doch mal wieder zusammen und das ist heute und wir haben uns gedacht was machen wir wir spielen am arbeitstisch aber ich gebe dir dein ich habe mir das einnehmende wesen der arbeitstisch ist so schön lernen dass wenn wir gar nicht normal das ist aber heute ist das so wir spielen also wir spielen jetzt angeln nicht gut gut dann machen wir doch mal ein angelspiel ich habe da schon mal was vorbereitet ok also ein angelspiel was haben wir frische haben wir in dem set anna lena du hast auch schon was vorbereitet du hast fisch ausgeschnitten ist ja genau sehr cool und ich habe in meinem garten geerntet in meiner bambus genau die stäbe da habe ich immer unmengen falls ihr welche wollt sagt was schicke ich euch zu spaß frachtgut das ist dann auf palette aber da habe ich ganz viele und damit kann man doch wunderbar angeln bauen das machen wir jetzt einfach magnete habe ich sowieso knete habe ich nicht aber mal knete habe ich so und dann dachte ich mir wenn du die fische machst und du hast ja schon so schön vorbereitet mache ich das becken ja ich habe die fische hier schon mal geschnitten wo kommen die denn her meine fische sind kleiner hier guck mal meine fische sind gestempelt genau die wird kommen deine her meine kommen aus dem designer papier was dazu gehört da sind ganze bürgen drin mit verschiedensten fisch varianten ja sehr cool in allen größen und formen frische fische aus dem auto sehr schön okay in die erste ausgeschnitten und jetzt machen wir was du hast sogar schon die schatten geschnitten ja ein bisschen aber noch nicht alle okay damit wir sie auch den magneten schön verstecken kann beziehungsweise nicht der magneten sondern ja die in dem fall den draht wir haben büroklammern wir nehmen alles was wir so zu hause gefunden haben schnell ich schneide mal schnell aus dem a4 blatt ein kleines becken das ist jetzt nur so meine idee gewesen das muss nicht so ist noch mal du machst den letzten fisch ich ziehe hier meine falls linie bei 14,5 und bei 29 grün genommen weil das ist in den farben mit drin von den fischen 29 das grundsätzlich schon nicht ganz falsch 14 529 ich bin jetzt gerade so ein bisschen an und dann trenne ich das auf bei 10,5 dann ist mein becken für die fische auch wirklich hoch genug und die fische können nicht raus springen und ich schneide hat den fisch ein bisschen höher gelingen und hier der der die schnauze drüber steht er den karton und schneid das jetzt einmal hier außenrum sehr gut das ist glaube ich deine kernkompetenz ja schneiden sofort brauchst eigentlich gar kein papier schneider oder wie war das doch immer wenn es keine standformen gibt aber nicht daran gewöhnt ja das denkt man gar nicht mehr früher wirklich kann mich noch erinnern im kindergarten in der schlafbereitschaft wenn die kinder geschlafen haben fensterbilder ausgeschnitten habe 90 kinder stell dir das vor filigrane teile du man kann sich nicht vorstellen dann habe ich aus dem designer papier hier für mein bassin wir können das noch nicht so richtig vorstellen aber das wird stücke zugeschnitten in zehn mal 14 zentimeter weil die seitenfelder sind jetzt 14,5 dann kriege ich da wirklich ein kleines becken das ist so wahrscheinlich das hafenbecken von wo überlegen wir uns noch ich überlege immer wie ich dort guck mal hier sind angeln drauf dann hätten wir auch eine lange karte ich nehme die angeln und das wasser oder ja dann klöppel ich das schon mal hier drauf und du kannst das schneiden sprachlich illustrieren genau und ich das kleben ja man kann sich natürlich auch der fisch ausschneiden einmal drumrum malen also auf dem farbkarton leeren rummalen wenn man das lieber ist und dann ausschneiden herr juster daraus idee ohne ende mensch wie man das am liebsten macht guck mal hier ist dann auch noch so schönes netz drauf als das designer papier hat schon auch einiges richtig schön dass ich sagen ich war hier gerade drum und es ist groß das sind zwölf mal zwölf in spüren also 30,5 x 30,5 cm das hat den vorteil lässt sich auch an manchen stellen großflächig verarbeiten für alben zum beispiel das ist doch schon wieder ein fischerbuch hast du auch gut ist auch maritim ich bin hier noch mit kleben ohne ende ich klebe hier mein becken ja ist auch was den anderen freunden maritimes foto also ja richtig an seine gewöhnen tische oder erinnerungen landschaften ja alles was man so sonst sieht manch einer hält ja nur die angel ins wasser und guckt sich dabei die landschaft an will gar keine fische fangen ich habe auch gehört dass manche die fische gleich wieder einschmeißen das geht nur um den spaß ok ok die fische dann noch ganz sind mag es gehen bleiben die ganz keine ahnung kann ich mich gar nicht mit aus ok aber ein angelspiel ist natürlich da kann man die fische auf jeden fall unbesorgt wieder zurückwerfen richtig und wir haben ich habe das eben schon wenn jetzt meine magneten gleich sind ihr werdet sehen das sind auch die von denen von den schrottsammlern praktisch wir können damit so richtig das wasser sauber von mittel metall befreien ich muss gleich aufpassen dass es mir nicht alles metall aus dem arbeitstisch auf dem haufen zieht so das ist doch schon mal ein schöner plan ich könnte sein dass ich was falten hier habe ich nicht doch habe ich habe ich habe es falsch rum geklebt ich wollte wechselseitig haben aber das ist fällt unter die das wollte ich so ich wollte dass das so umeck geht weißt du ich denke auch schon hast du an zwei seiten den haufen werden auf zwei seiten das wasser das ist in ordnung genau das müssen das läuft bei mir so ich lege das hier an ihr kennt das ja schon aus angelas fehler lernen ihr wolltet das vielleicht wechselseitig machen ich will das so machen also darauf achten wo die klebeflächen sind jetzt lege ich das hier an meine linien unten an hier so an linie nummer fünf und klebt das unseren passt und die andere sache müsste automatisch gehen geht so ich ein glück dass ich gut gemessen habe ich war mal nicht vermessen schmeißen die wortwitzel draus andere seite und guck mal unser becken ist fertig ja und ich finde das gut dass das auf zwei seiten jeweils das ist nebeneinander gleich ist ja das ist quasi das offene meer geht's raus auch mensch das ist so schön dass wir haben schon einen probe fisch oder nee wir hatten wir hatten was eine boje genau schrott aber die war es nicht ihr müsst das könnte es sein okay ja ich weiß mal schon mal rein so und dann kannst du schon mal ein fisch bauen zeigt mal wie du einen fisch baust und ich bereite mal alles für meine angel vor in dem set mit denen in colors also bei den in colors gibt es farblich passende jute kordeln dazu und drei von vier von sogar vier farben sind in colors in dem jahr seiner papieren also alle sind jedes mal ist nicht dabei mal bei den mädchen ich habe weil es nicht dafür haben wir dann dass das das hier kalipso genau mein tisch schatten sozusagen ja so eine abgeschnittener schnauze klebe darauf die büro und zwar mit dem unteren ende was das ein bisschen hierüber hinausragt ja und ich denke dafür nämlich doppelseitiges klebeband ja was gar nicht wie du deine boje gemacht hast ich habe natürlich doppelseitiges klebeband gehen wir haben mir nichts anderes auf den tisch ist ja nur fürs video sonst schon und das klebst du da drauf genau das klebe ich hier einmal auf meinen fisch wenn wir hier einmal am doppelseitigen sind nämlich auch etwas und tust vorne an die spitze von meinem bambus stäbchen also ich habe es so glaube ich bin bei 20 zentimeter 25 geblieben warum damit ich das ganze dann wenn ich das mache dann mal so sage mal schlach lege hier mit reinpacken kann hätte ich dann so eine kleine verpackung basteln sich so vielleicht ich habe sie noch nicht fertig aber ich basteln sie genau und da habe ich den doppelseitigen dran genau du hast auch ich habe einmal auf meinen schatten seite darauf geklebt die büro klammer und auf den faktisch soll ich mal auch noch ein stück damit ist auch wirklich über die gesamte fläche sehr gut ja und hier lebt es noch und dann zusammen haben wir können die ich die beiden zusammen ja sehr gut genau perfekt da guckt der fisch nur so die das metall raus nur so ein bisschen auf der rückseite ein bisschen mehr kann man sehen wollen schon ins becken ja kommen wir jetzt wasser ich wollte doch noch wasser mitbringen wasser ist alle aber der fisch schwimmt da wäre jetzt was blaue ist ja schon mal vorbereitet dass man das mal so machen dann könnt ihr auch dabei sein wenn wir gleich angeln bei den büroklammern die machst du jetzt fertig ja die machen auch die fische fertig ich mache jetzt mal meine arme fertig ist doch wichtig dass man noch mal so ein test mit magneten macht ich habe hier ganz verschiedene und habe dann wirklich gemerkt die eine sorte ist schön aber nicht dafür deswegen müssen meine echten tollen magnete und die können praktisch meinen ganzen arbeitsplatz auf das ist perfekt schon mal ein haus gemerkt dass schon wenn ich den hier ab mache kann ich nur schieben weil ich gar nicht so abgeklappt aber damit kannst du so brauchen wir nehmen andere marken die haben ich habe auch noch die heißen neodym da habe ich eine ganze kiste voll weil geocasher brauchen was und dann nehme ich mein bändchen lass was überstehen setzt das obendran und das andere wickele ich hier um entweder so ganz schön nebeneinander mehrfach und das wasser hat sich passiert aber auch viel und dann wickele ich wieder zurück bis ich oben an meinem ende bin und darum ein klebestreifen ist und da mache ich ein knoten du kannst das natürlich viel schöner machen und kleben und mit mit also zum beispiel mit klebstoff dann am ende fixieren oder verdöbeln hier sind mit feuerchen sowie bei paracord armbänder zwischendurch immer so und das habe ich jetzt hier vorne schon mal so festgezwirbelt eigentlich irgendwas was du noch nicht ausprobiert hat ja doch weiß ich schlag fest vor ich glaube ich habe es noch nicht gemacht so und dann habe ich so schon mal ein bisschen länger kannst du ich sein weil mache ich gerade mit auf arbeit mit meinen bewohnern mit mein spezies spezies auch immer schöner so eine manche von knoten und der hand ist schon auch gleich nämlich wieder das doppelseitige abreißklebeband es gibt bestimmt 1000 möglichkeiten aber für mich gibt es nichts schöneres als doppelseitiges abreißklebeband ist auch eins meiner lieblingsklebeband und in dem stempel set und stanzen set gibt es auch noch verschiedene kleine köder heißen sind eine angel habe ich schon fertig man kann das immer beidseitig auch verkleiden ich habe das jetzt aber mal nur auf einer seite gemacht sie hier doppelseitiges schutzfolienpapier absetzen und knoten darauf den ich unten gemacht habe und setzt sich so ein bisschen drüber und habe das schon mal fixiert und dann habe ich hier mir schon köder gestempelt zum beispiel diesen ja da sind einige verschiedene köder varianten nicht schlecht naja mensch das fisch hier war ganz schön wir können gleich um die wette angeln wobei die magnete so schlimm sind wenn wir die beide rein halten das brauchst du gehen wenn man ausnahmsweise nicht so sein dann wird nichts passieren weil die magnete nur miteinander tanzen wir müssen immer nacheinander und ich will gewinnen ich verliere sehr ungern das ist also super gut zu wissen so dass noch mal so um den kann man auch wirklich relativ locker beidseitig kleben ich guck mal auf meine tüte hier noch ein werdet macht das gerne so wenn ich so neues set habe dass ich erst mal teile stempel und stanze und in irgendwelche tüten packe die ich dann möglichst nicht verlege das schneide ich hier mal unten den draht war ganz schön dann sieht man erst mal was man hat ja man sieht es noch besser fände ich ja als wenn man es einfach ja ja da bin ich bei so und für diejenigen die nicht gerne verlieren habe ich hier mal noch was zusätzlich ausgeschnitten das ist ein stück brot aus dem set bimmelzeit shoppingzeit ja warte ich weiß bin shoppen und kaufen kaufen shoppen und genießen genau hatten wir ja auch schon was zu bezahlen erhöhen wir mal den schwierigkeitsgrad brot gehört nicht ins wasser enten und fische werden sollen nicht gefüttert werden das ist schlecht fürs wasser das ist ein minus punkt angela gut weiß ich bescheid wer das brot bist du anfangen vielleicht hast du das brot gleich dann bin kriege ich den nicht also ich habe ein angel für dich ich habe jetzt das unterschiedliche farben da kommen wir auch nicht so schön fangen ruhig an los geht's ich weiß wer das brot hat ja ich habe gerade festgestellt ich habe nicht nur ein brot ich habe auch noch ein fisch na immerhin so guck mal jetzt es ist natürlich heftig mit diesen magneten du kannst praktisch das ist das ist das ist überfischt ja das sage ich auch so jetzt ist in nachrichten das wird auch manchmal überfischt ist natürlich ganz schön heftig ich glaube wir sollten für unseren spaß was mehr erhöhen oder also größeres mehr oder den schwierigkeitsgrad dadurch dass wir die augen verbinden augen zu machen ist ja publisch das macht ja keiner ist ich tue mal so als ob ja der ist klar definitiv so jetzt gucke ich nicht rein das gucke ich nicht rein und man darf nicht tiefer alles ist auch schön die magnetik der hammer guck mal mal nur eine feine wo ich man könnte auch einfach so ein bisschen umgehen und gründeln und gucken das hat auch so namen beim angeln wenn man das so weiß du nicht nur hast du was in den menschen jahren aber ja auch mensch aber das brot ist drin geblieben aber wissen wer wer wird jetzt bitte noch den ökologischen preis der das jahr mehr kommen das hat das abfischen rot schon einmal draußen gehabt habe es ja wieder rein das wäre ein geworfen soll deshalb das jetzt habe ich das holen holmer brot gehen wir brot holen ich gucke nicht ich gucke nicht ich fische alles ab ich habe das brot dachte wir hätten einen fisch mehr mehr fische sind sie seefisch oder mehr fische ja ich würde sagen du wirst ein profi im spielen ja ich kann halt gut linsen also ich meine wie heißt das elan ja cool oder finde ich super also wir haben was schönes gemacht jetzt packen wir das ganze zusammenfall und jeder überlegt sich wie er das am besten verpacken könnte was würdest du sagen also wir könnten jetzt noch mehr mehr angeln guck mal die magnete hat der haken gesteckt gut die sind echt gute magneten ich packe das mal seit er hier wirklich zu stören hat sowas um die ohren gekriegt nein alles ging noch ja wie würdest du es verpacken das ganze jetzt machen diese magnete ist wirklich eine heftige sache ich glaube ich würde die angeln außen drauf ja und sehr große verpackung machen wo man es rausziehen kann hatte ich das heute auch schon theoretisch auf dem plan praktisch aber gar nicht wenn man die gegenläufig macht geht es auch und dann könnte man natürlich auch deine schöne box in die fische machen aber dafür ist eigentlich zu groß muss man so viel viel dann das wäre dann so auch mehr angeln ja aber also ich bin recht zufrieden mit unserem demo doppel ich auch spontan von jetzt auf gleich ja ich packe mal hier den ganzen fischsalat zusammen überlege eine verpackung und warum für das schlussbild noch mal unsere unsere geklöppelten werke drauf sieht man einmal die gesamte fischkarte so schönes bild so war schön maritim ja also das war das finale zu unserem demo doppel zum produktreihe glück am haken damit sind wir durch mit der reihe oder ja vielleicht noch mal jeder so für sich so was vielleicht wünscht ihr euch noch was genau genau und was machen wir als nächstes das verraten wir noch nicht oder wir wissen es noch nicht aber ihr seid die ersten dies erfahren es geht auf jeden fall weiter ist das haben wir sagen auch wenn es heute finale hieß es geht weiter geht weiter genau wir haben ja schon mehrere reihen gezeigt könnt ihr alle auf unserem kanal heute ist das video ja bei mir bei annalena annalenas kanal verlinke ich genauso hier in dem video schon mal unten in der beschreibung unten könnt ihr direkt gucken oder da oben wo mein kopf ist moment das ist jedes mal da bei dem i als info in der infobox verlinke ich das genauso alle anleitung zu den fertigen projekten hier auch zu dieser tollen box seht ihr da verlinkt also unbedingt bei annalena vorbeischauen und hier geht es weiter mit noch mehr videos vorher verabschieden wir uns ich sag schon mal schüss und du auch oder ich sag auch tschüss tschüss macht's gut bis demnächst wir sehen uns bis zum nächsten Mal